Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Shank Part 2. Und wir haben im vorherigen Part das erste Level durchgespielt, den Endboss gekillt und zwar erfolgreich. Wir haben nämlich kein bisschen Schaden genommen und das ist doch im Endeffekt schon mal etwas. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal weiter. Hallo? Kann er da? Oh nein! Ah, und so. Aua. Au, ich weiß noch nicht, ich bin... Aua. Ich würde zölze aber mal auf. Aua. Warum haut ihr die ganze Zeit daneben? So, jetzt aber. So, ich habe ja schon die Pumpgun. Ich behalte mal die Pumpgun ein wenig. Und die Hunde nerven übrigens. Aber in welchem Spiel nerven die Hunde mich? Hopp'sa. Aua. ja mit den pistolen kann man halt mehr combos machen oder höhere kombos meine maus ist glaube ich wieder ein bild ich kann auch was zu trinken gebrauchen gleich vier stück und so ein paar fette ja da sind wir tot gegangen war nicht so gut ach dahinter wollte ich sie gar nicht machen wir haben da noch eine bam bam da haben wir zwischendurch noch was getrunken so jetzt sind auch alle tot mensch es waren aber viele ach scheiße du brauchst gar nicht mit der ak auf mich zu zielen der haut uns mit seinem dingens da ach da kommt direkt der nächste geschwitzer angesprungen so ne pistolen sind schöner und schon wieder pause gedrückt ja mit der fette gischt griffe da drückt man öfters mal mehr tasten wie man eigentlich will so was erwartet uns denn hier ein wall jump wall ride wall run ich könnte natürlich auch viele schläge blocken aber so ich dachte das wäre eine höhere combo gewesen naja achso oh ne achso oh ne achso oh ne ne oder aber noch zwei von diesen trecks kläffen stirb treasure stirb dann herrschen ist scheiße das sind schon gut gehen mutierte mutantenrunde oder passiert noch was aber ich weiß nicht welche taste ich drücken muss wenn dieses symbol da kommt ja oh ne oh ne ist schon wieder so ein dicker los flex oh ne was will er denn überhaupt pipes pipi pipes deine mutter hat dir einen scheiß namen gegeben ist dir das überhaupt bewusst wurdest du da nicht in der schule schon genug gemobbt mit diesem schundnamen pipi pipes oh ne gattling alter damit feuerst du aber kein schuss auf uns den müssen wir erstmal platt machen oh yeah zählt aber nicht als combo schade aber damit könnte man fette combos machen wo ist denn der jimbo oh wuuuuuuuuuuu prrrrrrrrrrrrr ok können wir die weg legen so ok bringen wir mal einen schluck können wir die weiter mitnehmen oh ne schade auchmeno die war toll kurzen blick auf die uhr aber ist noch früh oh wer bist du denn So, wer ist er denn? Der hat... Ne, der ist down. So, stirb. Können wir mal hier einen Schluck Bierchen trinken. Und direkt noch eins. Und... Oh, ich schnapp, ey. Genau, wenn ich dir das vorstelle. Oh, 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 oh. Ah, Mann, du kleine Schundhunde. Ja, da rauf. Hier. Haben wir aber auch eine... Boah, ne, oder? Eine Menge HP. So, die hatten da... Nein. Ich wollte gerade sagen, die hatten da eher weniger eine Chance. Nein, gut, aber wir sind hier auch auf dem Schrottplatz. Da sind so Hunde ja eigentlich... Ja, normal. Man kennt es ja... Ist so ein Klischee. Ist auf dem Schrottplatz immer irgendwelche... Jetzt werfen die sogar schon Granaten. Oh, scheiße, da war er doch ein bisschen weit weg. Oh, da hat er seinen eigenen Kollegen niedergemetzelt. Aber sehr cool, die haben Granaten-Munition. Das ist schon mal gut. Aber ist dieses Spiel nicht toll? Ich finde es toll. Und wieder so ein Ter... Oh, ne. Aua. Warum werf ich keine Granaten? Das heißt... Haben wir schon mal den Dick mal hinten ein bisschen geschädigt. Er mit seinem Hackeball geht mir tierisch auf den Seiten. Hier, stirb und gib was zu trinken. Big. Er hieß Big. Der Typ, der mir immer anstürmt. Oh mein Gott. Nein, warum steht das wieder denn nach oben? Ach, der ist wieder so... Oh, der gibt uns ganz schön kaum los. Ach, da haben wir ihn schon. Doch, hoffe. Was machen die denn da oben? Aua. Was machen die da oben? Big. Wie kriegst die da weg? Das ist voll unfair. Ach so, kriegen wir die da so halbwegs runter. Okay. Ich hab keine Granaten mehr. Scheiße. Ich bin auch gleich tot. Jawoll. Wir nehmen jetzt den Beständen selbst noch ein bisschen. Nein. Nein, Granate. Ich muss was trinken. Gehen wir da weg. Und ich muss noch mehr trinken. Ich muss mal da... Wow. Ein bisschen dahinter. So, da haben wir den schon mal platt. Mann, wie der... Oh nein. Fuck, wie der so ein Minigun-Typ. Der hätte mal eben kommen können. Oh nein. Das ist schon wieder so ein Rossi. Stirb. So, Leute. Jetzt kommt er. Wie er guckt, wenn er diese Minigun in der Hand hat. So würde ich auch gucken. Genauso und nicht anders. Und wir gehen mal hoch auf die Bahnstrecken. Können wir da nicht lang? Ne, schade. Okay. Ich hab gedacht, wir könnten ja irgendwie zurück noch uns dieses Bierchen da holen. Was ist denn jetzt? Armee, oder was? Oh shit. Wer bist du denn? So, naja. Hat auch nichts gekonnt. Schluck trinken. Minigun wieder aufnehmen. Und weiter geht's. Warum kommt denn jetzt die Armee überhaupt? Ach, dann müssen wir die Minigun eh schon wieder liegen lassen. Hey Miguel, was geht? Wie geht's deiner Frau? Grüße von mir. Oh mein Gott, ein Zug. Das ist für uns. Jeden was zu bedeuten. Nein, bevor man's anspringt, wieder mit seinem Scheißgedingse da. Digger, Zucht und Ordnung beigebracht. Will er denn machen? Wir haben seine Miami-Weißrolle. Da kommt der hier mal gar nicht weit. So, noch ein Bierchen getrunken. Och ne, und wieder so ein Digger. Aua. Die können voll gut ausweichern, so. Und schnell trinken. Will er ja nicht nochmal sterben. Was sagt denn die Uhr? Oh, es ist schon demnächst neue Partzeit. Oh. Jump and Run Einlage. Und wir sind auf dem Zug. Sehr schön. Haben wir wieder ein Level geschafft. Crumble Enemy and Feetal. So, mit irgendwelchen Granaten stand er und dem noch. Das hatte ich eigentlich angedacht vorzulesen. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Heiter vor allem. Heiter geht's weiter. Ja, das ist schon. Untertitelung des ZDF, 2020